Hi und willkommen bei Anedoc. Ich bin Roman, ein Anästhesist und ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Thema Katecholamine auf der Intensivstation vor allem. Also bleibt dran! Katecholamine, Kreislaufunterstützung auf der Intensivstation, schwieriges Thema, denkt man sich so. Na ja, geht so. Bei den meisten Patienten ist es, na ja, also ich denke man kriegt das wohl hin mit ein bisschen Übung. Genau. Das übliche Medikament, was wir benutzen, ist Noradrenalin, um den Blutdruck zu steigern. So, jetzt ist aber die Frage, wie ist denn überhaupt so ein Blutdruck, wie kommt der zustande? Und der hängt vor allem an zwei Dingen. Na ja, zum einen hängt er an der Herzfunktion, also Cardiac Output, heißt das immer so schön, Herz-Minuten-Volumen, mit auch dem Volumen, was sich überhaupt im Gefäßsystem befindet. Also sprich, was ist in den Gefäßen und wie wird es gepumpt? Okay. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Widerstandsarteriolen, die befinden sich präkapillär in der Gefäß-Endstrombahn. Und dort setzt unser Noradrenalin an als Alpha-1-Agonist. Es führt zu einer Vasokonstriktion, ähnlich wie Sympathomimetika halt. Dort wird halt konstringiert, das heißt, wir erhöhen den totalen peripheren Widerstand. Und wenn ein Herz gegen einen höheren Widerstand arbeitet, dann ist der Druck höher. Grundsätzlich eine gute Sache, weil wenn höher Druck ist, dann werden die ganzen Organe, die vorgeschaltet sind, natürlich mit mehr Druck versorgt, sowas wie eine Niere zum Beispiel oder auch ein Gehirn. Ja, also gerade in so kritisch kranken Phasen ist ja die Autoregulation meistens eher ausgefallen und abhängig vom mittleren arteriellen Blutdruck. Zum Thema Blutdruck hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, ihr kennt das schon. Ich werde mich jetzt immer mal wieder ein bisschen selber referenzieren, um Werbung zu machen. Genau, und dadurch kriege ich eine bessere Durchblutung zustande. So, Noradrenalin ist aber nicht nur ein reiner Alpha-1-Agonist, der ist dosisabhängig. Meistens wirkt er auf Alpha-1, dann auf Alpha-2, dann auf Beta-1, dann auf Beta-2. Also bei höherer Dosis wird er immer unselektiver. Das heißt, wenn wir jetzt sehr, sehr hohe Noradrenalin-Konzentrationen haben, kann das auch eine Tachycardie machen, die ja bekannterweise über Beta-1 läuft. Ich meine, bei so hohen Konzentrationen, da muss man sich dann irgendwann überlegen, ist das überhaupt noch zielführend? Das ist aber eine andere Geschichte. Eine übliche Konzentration auf der Intensivstation der Perfusospritzen sind 5 mg auf 50 ml. Das sind 0,1 mg pro ml. Und damit lässt sich das in der Regel gut steuern. Man muss aber immer ein bisschen gucken mit den Konzentrationen, bitte. Weil zum Beispiel, es gibt auch so ganz dünne Konzentrationen. So 1 mg auf 50 oder eben 1 mg auf 250 in einer Kurzinfusion oder so. Verbotene Tropfgeschichten. Da muss man echt aufpassen, weil ich hatte es auch schon, dass im OP mir mal einer einen Noradrenalin-Perfusos fertig gemacht hat. Und der hatte die dünne Mischung gemacht. Also 1 mg auf 50. Und ich habe das hochgestellt um einen Punkt. Passiert nichts. Steht einen zweiten Punkt hoch. Passiert nichts. Dritten Punkt steht. Da wurde ich dann langsam doch ein bisschen hektisch im Sinne von, der Patient reagiert ja gar nicht auf mein Noradrenalin. Das ist scheiße. Ihr müsst genau wissen, was da drin ist, bitte. Und am besten, wenn er sowas ansagt, bitte auch sagen, was hättet ihr denn gerne als Anordnung? Ich hätte gerne einen Nordtropf. Ja, super. Bitte genau sprechen. Dann ansonsten haben wir natürlich auch Adrenalin als Perfusor natürlich. Als Einmalgaben in der Notfallmedizin ist es ja durchaus etabliert. Als Perfusor kann man das auch machen. Es führt zu einer maximalen Aktivierung im Prinzip aller Rezeptoren. Ausgehend von, nee, also eigentlich sind es eigentlich alle Rezeptoren. Wird alles aktiviert. Das Problem ist, Adrenalin führt auch sehr schnell zu einer sehr krassen Vasokonstriktion im Endstrom. Bett, sodass man dann ganz häufig so schon Levide oder schwarze Fingerkuppen oder Zehen oder so produziert, die man bei hohen Konzentrationen von Noradrenalin noch nicht sehen würde tatsächlich. Also das Adrenalin ist so ein Ding, wenn man überhaupt gar nicht mehr weiß, was man machen soll, weil der Patient so schlecht ist, dass man das dann vielleicht mal probieren kann. Andersrum kann man sagen, gut, ich weiß aktuell nicht, was das Problem bei dem Patienten ist. Er ist richtig schlecht. Ich mache erst mal Adrenalin als Perfusor, an der Stelle auch wieder 5 Milligramm auf 50 Milliliter. Und dann, wenn ich ihn ein bisschen stabilisiert habe, wechsle ich zurück auf Noradrenalin. Und da kommt ein Stichwort ins Spiel. Es nennt sich differenzierte Katechulamin-Therapie. Mit Adrenalin kann man nicht differenziert Katechulamine betreiben, weil man ja einfach alle Adrenozeptoren aktiviert, von Alpha 1 bis Beta 3 im Zweifel. Von daher brauchen wir halt einen Alpha-Agonisten für den peripheren Widerstand, aber wir brauchen auch einen Beta-Agonisten für die Herzkraftkontraktilität, Inotropie, erkennt das Spielchen. Das ist Dobutamin. Das heißt, differenzierte Katechulamin-Therapie wird durchgeführt durch Noradrenalin plus Dobutamin. Dobutamin führt zu einer Steigerung der Herzkraft, des Herzindex und Noradrenalin zu einer Steigerung des peripheren Widerstandes. Warum braucht man sowas? Ich habe schon mal einen Patienten gehabt, zwar, naja, ich würde mal sagen Mitte 40, Anfang 50, irgendwie sowas. Der war sehr herzinsuffizient. Der hat ein Herz gehabt, das war so, also es war ein großer Mensch. Der hat ein Herz gehabt, das war wahrscheinlich so groß wie ein Medizinball gefühlt. Großer Kerl, kräftig, aber halt auch ein Riesenherz, das natürlich total insuffizient pumpt. Und der wurde immer schlechter, immer schlechter. Das Atenol stand nachher, ich glaube, auf 50. Und der Patient wurde immer schlechter, Druck ging immer schlechter runter. Man muss sich überlegen, wenn ein schlechtes Herz gegen einen hohen Widerstand pumpen muss, dann schafft es das natürlich nicht, weil es einfach zu schwach ist. Und dadurch geht es natürlich noch mehr in die Knie, da geht der Blutdruck noch weiter runter. Deswegen muss man das Atenol wieder höher stellen. Und dann ist das so ein Teufelskreis und am Ende hat man einen Kreisaufstillstand, schlecht. Und an der Stelle bin ich dann ganz, ganz forsch gewesen und habe dann das Noradrenalin von 50 runtergestellt auf 25. Aber gleichzeitig auch das Dobutamin deutlich erhöht. Also wenn man solche Situationen hat, kann man auch schon mal darüber nachdenken, das vielleicht so zu regeln. Also sprich, die Herzkraft steigern, den Widerstand ein bisschen senken, damit man, naja, im Gleichgewicht dann doch ein bisschen, naja, wieder Blutdruck aufbauen kann. Ich gebe zu, in so einer Situation kann das natürlich auch in die Hose gehen. Das muss man sich individuell überlegen als behandelnder Arzt, ob man das Risiko dann so eingehen will. Aber das meine ich mit differenzierter Katechlamin-Therapie. Ihr könnt gleichzeitig, also an zwei Stellschrauben, Kontraktilität und eben auch den Widerstand unterschiedlich einstellen, so wie ihr es braucht. Ja, da kommen wir wieder zum Thema Pico. Mit Pico kann man das hervorragend machen, weil man gleichzeitig den Herzindex messen kann und den peripheren Widerstand. Oder man hat ja auch eine Arterie mit dem Blutdruck. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Habe ich ein anderes Video dazu gemacht, das ist relativ erfolgreich auf dem Kanal. Schaut es euch mal an. Pico ist eigentlich auch toll, weil relativ wenig invasiv erklärt es hervorragend. Ja, so. Das heißt, also Adrenalin benutzt man eigentlich nicht, es sei denn, man hat wirklich, man sagt so die Kacke am Dampfen. Normalerweise würde man Noradrenalin mit Dobutamin kombinieren. Andere Medikamente, so etwas wie Dopamin, was auch ein starker Alpha- und Beta-Agonist ist, würde man heutzutage eher nicht benutzen. Ich habe es tatsächlich in drei Krankenhäusern, wo ich gearbeitet habe, noch nie benutzt. Ja, ich weiß sicherlich, also im Ausland und es gibt auch sicherlich Spezialindikationen, wo man es mal benutzen kann. In der Regel würde man es aber nicht benutzen. Dann gibt es noch die Inodilatoren wie Milrinon, Enoximon, Levosimendan, die halt gleichzeitig die Kontaktilität steigern, aber die Nachlast vor allem im pulmonalen Strom wird senken. Kann man ein eigenes Video zu machen, ist sicherlich für Spezialindikationen, kardiologische Intensivstationen oder so etwas eher passend. Da bin ich auch ein bisschen überfragt. Aber die übliche Katechamin-Therapie, denke ich, konnte ich euch hier ein bisschen zeigen. Das übliche Medikament, was wir halt geben für Blutdruck steigern, ist halt Noradrenalin, um den peripheren Widerstand zu heben. Das ist aber nicht alles. Und ihr müsst auch immer ein bisschen daran denken, wie ist der Patient denn von seinem Volumenstatus? Hat er überhaupt genug Volumen in seinen Gefäßen? Hat er vielleicht auch eine Anämie und braucht deshalb mehr Blut oder hat deshalb zu wenig Blutdruck? Das muss man im Blick halten. Aber zum Überbrücken von so etwas ist die differenzierte Kati-Therapie gut geeignet. Ich hoffe, ich konnte euch was erzählen. Ich bin über Kommentare immer erfreut. Wir können gerne diskutieren. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.